Like dieses Video innerhalb der nächsten 5 Sekunden, wenn du dieses Hundebaby auch mega süß findest. Und falls du auch ein Geschenk haben möchtest, dann schau das Video unbedingt bis zum Ende und such alle Wörter, die ich in diesem Video versteckt habe. Schaffen wir die 100.000 Abonnenten, werde ich einen Renegade Rider Account verlosen. Teilt das Video, dass wir die 100.000 Abonnenten schaffen, bevor Artikel 13 kommt. Ich wünsche euch allen viel Spaß. Ey Arda, und zwar erinnerst du dich noch an diese 8-Jährige, die in die Kommentare geschrieben hat, dass sie dich kennenlernen möchte? Wo du ein Screenshot gemacht hast? Ja, ja genau, das ist die. Hallo? Zweitens, was soll ich mit deiner 8-Jährigen anfangen? Wir können uns doch mal kennenlernen. Ich bin 8 Jahre alt. Ja. Ich komme aus der Türkei. Ich würde sagen, dann gib mir einfach deine Nummer. Dass sie auf jeden Fall... Wie? Nein, Junge. Reicht doch. Hä, wie? Reicht doch. Was gab es so? Du hast mir gedacht, du pack ab. Arda, gib mir die Frau, deine Mama. Was geht ab, Mann? Heute in diesem Video werde ich den lieben Arda pranken, der in meinen Videos mitgemacht hat. Und zwar hat unter den Videos ein kleines Mädchen geschrieben, dass sie unbedingt den Arda kennenlernen würde. Und ich habe mir gedacht, mach ich mir noch den Spaß daraus und pranken den Arda. Ich werde jetzt den Hasan einladen, der 11 Jahre alt ist und er wird seine Stimme verstellen. Wird so tun, als ob er ein Mädchen ist. Und dann werden wir zusammen den Arda pranken. Wenn Arda uns nicht glauben wird, haben wir noch einen Ass im Ärmel und wir werden so tun, als ob Hasan einen großen Bruder hat. Und der wird dann auch mitspielen und auch den Arda mitpranken. Viel Spaß mit dem Video. Laden wir direkt den Hasan ein. Hallo? Was geht ab, Hasan? Alles klar bei dir? Ja, Bruder. Magst du dich mal vorstellen? Hallo, ich bin Hasan und bin 11 Jahre alt und werde jetzt hier die Lara spielen. Verstell mal deine Stimme. Före, Emil. Hör ich mich an wie ein Mädchen. Auf jeden Fall, Baba. Okay, ich lade direkt den Arda ein. Ich habe auch gesehen, der ist online. Laden wir direkt einen und ich hoffe, der kommt auch direkt rein bei uns. Arda mag Pizza. Oh, was geht ab, Mann? Ey Arda, und zwar erinnerst du dich noch an diese 8-Jährige, die in die Kommentare geschrieben hat, dass sie dich kennenlernen möchte? Wo du ein Screenshot gemacht hast? Ja, ja, genau. Das ist die. Hallo? Ja. Äh, ah ja. Sie möchte dich unbedingt kennenlernen. Sollen wir eine Runde spielen, dann könnt ihr euch kennenlernen? Ja, bitte. Nee, bitte nicht. Bitte nicht. Bitte. Komm, Arda. Okay, nur weil du das sagst. Ey, aber die denkt, du bist 8 Jahre alt, ne? Warte, wie alt ist die? Die ist 8. Ja. Junge, ich bin 12, Alter. Erstens, das war Schauspieler, also die Videos. Und zweitens, was soll ich bei der 8-Jährigen anfangen? Wir können uns doch mal kennenlernen. Hörst. Bruder, du möchtest dich kennenlernen. Was ist das Problem? Uri. Ja, was? Ist doch geil, Bruder. Nein. Klasse hier eine 8-Jährige. Das können meine Freunde denken. Ja, was denn? Klasse eine 8-Jährige. Oh. Digga, das ist richtig peinlich. Dilara, stell dir. Ich hab dir kurz gestorben. Ey, warum? Hör mal zu. Ja. Sie macht mir Angst, Alter. Stell dir mal vor, die kommt. Da am nächsten Morgen vor meiner Tür steht die so mit Pralinen und dann sagt die. Hi, Schatz. Gibt's das von Timmy Turner? Nein. Das ist ein Mädchen. Das ist alles. So. Ich hab dir kurz gestorben. Okay. Dilara. Aber du kannst mir doch eine Chance geben. Uri. Okay, wo wollen wir landen? Mir egal. Lass mal Sorte landen. Dilara, stell dich mal vor. Wie alt bist du? Woher kommst du? Wie hast du Arda kennengelernt? Warum findest du ihn so süß? Alter. Digga, ich hab Angst. Oha. Chill, Mann. Das ist nur ein Mädchen, Mann. Ich bin 8 Jahre alt. Ja. Ich komme aus der Türkei. Ja. Und ich hab Arda beim Video gesehen und fand seine Stimme so süß. Danke aber. Danke. Arda ist doch schön, Alter. Klasschen von die Chaya. Ey, warum? Was ist das Problem? Junge, du bist von der Checker, Mann. Der ist doch geil, Alter. 80-Jährige. Nein. Arda, kannst du mich bestellen? Nein, kann ich nicht. Junge, ich muss dann so Händchen halten mit der und die... Äh, das Zehenkopf zu klein als ich. Arda, die hat auch einen großen Popo. Na und? Der ist ganz groß. Hör auf, Alter. Ich hab keinen Bock. Die hat lange schwarze Haare. So wie dein Skin oder was von der? Ja. Ne? Ich denke, nee. Ich bin deine Traumfrau. Digga, ich weiß nicht mal, wie du aussiehst. Ey, Arda, Dünne, Eierliach. Bocha, jeder weiß. Ich bin Trauzeuge. Nein, hör mal rein. Warum? Hier ist ein Gegner, läuft. Wo? Hier. Alter, das ist so toll wie Loops. Ah, der ist so gut im Fortnite-Spiel. Bitte beschütz mich. Ja, okay. Ja. Ey, Buri. Ey. Ich hab gestoppt. Ey, die Arme. Ich hab ja auch nicht angenommen. Mal gucken, was du sagst, okay? Was, was, was? Ich hab gestoppt. Ey, Buri, ich geb hier, glaub ich, einen Schlumpf. Mal gucken, was du sagst. Ich hab gestoppt. Erster Schritt in unserer Beziehung. Ey, ähm, die Lara, ne? Mhm. Also, ich hab mir überlegt, so, ja, okay. Ja. Aber, nur für eine Bedienung. Das ist so. Ah, ja, Schatz. Schatz. Und, so, ja, musst du dich einschleimen, okay? Okay. Und? Zuhör auf, so, sein, bitte so. Ja, ich hab'n großen Popo, das, so. Wie soll ich sagen, bis dafür so zu gehen, okay? Okay. Ich werd' alles geben. Mhm. Ist hier einer? Ja. Was glaubst du denn? Oh, ich dachte... Oh, mein Gott. Ich hab' einen. Oh, Arda und Dilara. Traumpa, was geht ab? Ihr versteht euch super. Ey, Digga. Buri. Ich hab' dich wieder gestorben. Junge, ich will doch nicht mit dir zusammen sein, Alter. Die Arme. Doch, bitte, 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 bitte. Oh, ich hab' die vergessen. Ich hab' die vergessen zur Sturm. Scheiße. Oh, Gott. Du hast nichts gehört, du hast nichts gehört, okay? Mhm. Mhm, auf jeden Fall. Alter, wie sollst du mir das an? Ich mach' nicht, Schatz. Schatz? Oha, ihr nennt euch schon Schatz, was geht ab bei euch? Oha. Ihr seid ja voll krass unterwegs. Morgen heiraten, oder was? Dilara, wo wohnst du? Ich wohne kein. Arda, wo wohnst du? Ich jetzt nicht. Auch in Köln. Scheiße. Äh, ich meine, schön, da können wir uns ja treffen. Wieso hast du Scheiße gesagt? Ich meine, Scheiße, weil, äh, äh. Hm. Hm. Also, Köln ist. Also, ja. Keine Ahnung. Dilara, auf was stehst du denn so bei Männern? Auf die schöne Stimme. Was? Auf die schöne Stimme. Auf die schöne Stimme. Und was noch? Die müssen groß sein. Wie muss der aussehen? Was für eine Augenfarbe? Ähm, die Haare sollten kurz sein. Ja. In braun. Hm. Türkische Abstammung. Ja. Hey, das bin ich. Und eine wunderschöne Stimme. Arda schämst du dich gerade? Ich hab keinen schönen. Ja. Arda schämst du dich gerade? Ja. Warum? Die ganze Achtjährige. Ist doch egal, Alter. Ich kann die bauen, ich kann gar nicht die bauen. Aber Arda, bitte. Ich will gar... Ey, diese neue ist so kacke, ne? Diese neue Pumpkin. Schatz, du bist die. Schatz. Schatz. Ich kann mal klettern. Ach, du sagst schon Schatz zu ihr. Bei dir läuft. So, meine Buri, ich hab die gestunden, ich will mein Rekord zu haben mit Weiberresten. Und Schatz, wie läuft so bei dir in der Schule? Gute Noten? Ja. Hoffentlich. Arda sollen wir noch den Bruder dazu holen? Den Bruder? Ja. Damit er dir auch den Segen gibt, dass es zusammen sein könnte. Nee, egal. Okay, dann musst du das mal anhaben. Buri, warum muss noch der Bruder dabei sein? Dilara, lad mal deinen großen Bruder ein, damit dein großen Bruder dem Arda seinen Segen gibt, dass sie zusammen sein könnte. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Ja, Dilara, lad den mal ein jetzt hier. Buri, ich hab die gestunden, äh, ich hab die gestunden, ne? La Olem, chill mal, Mann, was ist los mit dir? Ich klär dir hier eine Achtjährige. Hallo? Hallo? Was geht, alles klar? Ja, gut. Wie geht's dir? Auch super, ey, guck mal, hör mal, ich hab jetzt hier den Arda und du weißt ja, dass deine Schwester voll auf Arda abfährt und ich dachte mir so, du gibst doch bestimmt dein Segen, oder? Dass sie zusammen sein können. Auf jeden Fall, Bruder. Ja, okay, dann lass mal eine, lass mal eine Runde spielen, damit Arda auch dich kennenlernen kann. Ich glaube, ich sterbe noch heute nach. Arda, sie gehört dir, Bruder. Ah ja. Abi, Abi, Abi. Schalt das nicht mal aus. Ey, Arda. Ähm, ich würde sagen, dann gib mir einfach deine Nummer. Das, ähm, sie auf jeden Fall. Wie, nein, Junge. Hä, wie, reicht doch. Du, kommst nicht die ganzen Kack ab. Arda, gib mir einfach deine Nummer. Arda, gib dir, äh, deine Nummer. Nein, Leute, popp mich nicht ab, Mann. Hä? Dann schlag ich dich an, mein Bruder. Ey, Arda, gib mir deine Nummer, Alter, die will dich kennenlernen, Mann. Was ist los mit dir? Ich will sie aber nicht kennenlernen. Warum, Bruder? Ich fühle mich ganz süß. Bitte, 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 bitte. Ja. Du, ich komm, das ist mein Bruder. Ja. Was? Und der schlägt dich. Ja, ich kommst dir nach Hause, wenn du nicht, komm mir die Nummer von dir. Nun, das reicht doch schon langsam, Mann. Hast du gehört? Die wollen dich schlagen, Arda. Nein. Wie ja noch. Wie? Ich höre einen Gegner. Ey, ich muss dir was sagen. Abi, ich hab dir schon die Besten gemacht. Ich hab das alles gemacht, weil ich nicht wollte, dass du traurig bist. Du wirst jetzt mit mir zusammenkommen. Du wirst jetzt mit mir zusammenkommen. Nein. Das werde ich nicht, Mann. Fuck, wie ich dich den ganzen Tag abmache. Ja, wollen wir zusammen sein? Ich komm mit meinem Bruder. Wir schlagen dich. Ja, ich komm mit meinem Bruder. Ihr noch. Arda. Ja? Junge, machst du Faxen oder was? Und du sagst, du willst nicht. Was ist los mit dir? Ich hab sogar den Bruder hier. Hä, was ist los mit dir? Lass den Tag ab. Nein, sie fängt mir den ganzen Tag ab. Arda, hat mal mehr Respekt. Guck mal, ich geb dir meinen Segen. Dies, das. Ich... Dres, wenn... Digga, fuck mich jetzt nicht mal ab, Mann. Ich verlass jetzt. Wie verlass jetzt? Ey, bleib mal hier. Hallo. Ich will nicht verlassen, ne? Hallo. Nein, Arda. Hallo. Nein. Ey, wir müssen jetzt einlernen und sagen, dass es Prank war. Ja, lass mal. Sonst redet der Junge nie wieder mit mir. Sex, ein halb Stunden später. Ja, was? Ey, Arda, chill mal. Das war nur ein Prank, Bruder. Oha, was ist los mit dir? Als ob ich eine Achtiere klären würde. Siehst du aus wie Joroni oder was? Arda, Bruder, wie alt ist sie denn? Die ist elf. Bruder. Die ist elf. Sagt der. Bruder, ich bin elf. Der? Ist nicht euer Ernst, ne? Junge, Bruder, ich bin schon eh den ganzen Tag abgefuckt. Und jetzt kommst du noch, Alter. Alter, Alter. Alter, Bruder. Ich bin die Stretion. Okay, der Prank ist voll schiefgegangen. Aber, ja, möchtest du mich trotzdem noch haben? Verlobung. Was geht ab, Leute? Leider ist der Prank schiefgegangen. Aber schaut auf jeden Fall bei Arda vorbei, bei Hasan vorbei und beim Khan vorbei. Links in der Videobeschreibung oder im angepitten Kommentar. Haut rein und schaut rein. Euer Buri. Werbung. Ja.